Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Darkness with Finn. Und ja, wir haben jetzt den Organizer, wo wir Daten eingeben können, irgendwelche Datumsdinger und alles, und wir haben das letzte Mal schon ausprobiert, die von Clark, das Geburtsdatum und so weiter und so fort, hat alles nicht funktioniert. Wir wissen aber auch, dass wir nochmal ins Haus zurück müssen. Zum einen hatte er gesagt, ja, ich werde mich diesmal genauer umsehen. Wo ich mir dachte, yay, das sagt er jetzt natürlich nicht. Aber, ich muss gerade überlegen, wo war das denn? Ich weiß noch, es gab einen Kalender. War das hier drin? Ne, hier ist das Schlafzimmer. Das Schlafzimmer will ich nicht. Das Schlafzimmer interessiert mich nicht. Es gab einen Kalender, wo verschiedene Dinge angestrichen waren. Genau der Kalender. Der hat doch bestimmt eine Bedeutung. So, muss ich mal kurz aufschreiben. Da hätten wir den 7. Januar 2011. Ich muss auch mal drauf achten, dass ich es nicht nur in der deutschen Version hinschreibe, also Tag, Monat, Jahr, sondern auch immer in der englischen mit Monat, Tag und Jahr. Dann haben wir dort unten den, sieht mir aus wie, warte mal, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 23. Januar. Dann haben wir im Februar Doktortreffen oder sowas. Der 1. Februar. Dann der 4. Und der 14. So, dann ist noch die Sache mit dem Koffer. Es muss ja eine Zahl sein, die er sich leicht bemerken, behalten kann. Und das Einzige, was mir da einfällt, ist zum Beispiel sein Geburtsdatum. Vielleicht geht das ja. Ähm, wann ist er geboren? 19. Nein, ups, in die andere Richtung. 19. 7. 6. Ähm. Sonst. Sonst, sonst, was war denn noch wichtig? Ähm. Vielleicht das, wo er mit 22 die Firma übernommen hat. Das könnte natürlich auch sein. Ähm, dann müsste es... Okay, er hat den Koffer öffnen können. Er hat wirklich das Zahlenschloss dafür genommen. Notizen? Hm. Das sind die Notizen von Mr. Field. Yay, weitere Notizen lesen! Und verschiedene Kassetten. Kassette Nummer 1. Oh nein, die erste Kassette auch noch. Das ist ein... Ich sollte zuerst die Kassette einlegen, ja. Aber das will ich nicht, das will... Nee. So. Drei von vier. 9. Juni 2011. Letzte Nacht hat Eva sich verraten und einen geheimen Treffpunkt im Northwood Forest erwähnt. Ja, ich erinnere mich deutlich daran, denn als er seinen Fehler bemerkte, wollte er sofort das Thema wechseln. Als er jedoch merkte, dass ich ihn genau verstanden hatte, erzählte er mir, dass er vorhabe, mich schon bald dorthin einzuladen. Zuerst müsse er mit einigen Personen sprechen, deren Identität er nicht preisgeben wolle. Er redete eine Weile über diesen Ort und betonte besonders, dass er schon lange leer gestanden habe. Vom ästhetischen Blickwinkel aus aber alle Bequemlichkeiten besäßte die Menschen, wie wir suchen. Er erzählte mir Geschichten über diesen Ort, der so abgelegen ist und durch Ereignisse entstanden sei, die inzwischen größtenteils vergessen seien. Er erzählte mir, dass er schon immer ein Ort des Bösen gewesen sei, selbst wenn man den Gerüchten nicht Glauben schenkte. Niemand weiß, wer ihn erbaut hat oder wann er erbaut wurde. Im Laufe der Zeit wurde er zu einem Ort des Schreckens, was dazu führte, dass die Menschen auch den Wald zu fürchten begangen. Danach verabschiedete er sich und versprach mir, mich bald zu diesem Ort einzuladen, an dem er mich mit seinen besonderen Freunden träfe. Als er fort war, schwirrten mir merkwürdig Gedanken durch den Kopf. Nachdem ich so viele grausige Dinge darüber gehört hatte, mag es seltsam erscheinen, dass ich einen solchen Ort, der von Dunkelheit und von Mythen des finsteren Mittelalters umringt ist, immer noch sehen wollte. Aber solche Dinge sind das Einzige, das Menschen wie mir etwas bedeuten, bedeutet. 15. Juli Es dauerte eine ganze Weile, doch endlich machte Eva seine Einladung wahr und ich durfte mit zu seinem geheimen Treffpunkt. In einer stürmischen Nacht musste ich den Northwood Forest durchqueren, jeden Nacht so einsam und zwielichtige Welt, die selbst den tapfersten erschrecken kann. Ich lenkte meinen Wagen über den holprigen Lehmpfad, beleuchtete durch spärliches Mondlicht und umringt von Geräuschen die nichtlichsten Spielen der wilden Fauna ähnelten. Plötzlich sah ich, zumindest glaube ich das, einige Vertiefungen, die vermutlich zu interirdischen Spalten oder Höhlen führten, über die ich schon als Kind viele Geschichten gehört hatte. Denn es hieß, dort versammelten sich die Hexen, mein Unbehagen wurde stärker. Vielleicht lag meiner Furcht ein gewisser Zwischenfall von vor 200 Jahren zugrunde, als ein Trunkenbold namens Annibel Claudio unter einem entsetzlichen Geschrei über die holprigen Waldwege zum Dorf rannte. Er blutete stark und weckte mit seinem Geschrei alle auf, die ihn sofort umringten. Ich habe diese Geschichte in einem Zeitungsartikel gelesen, in dem der Trunkenbold selbst seine Geschichte erzählte. Er erwähnte darin eine Gruppe von Menschen, die Kleidung aus Tierhäuten getragen und in einen kleinen, tiefen Wald verborgenen Höhle am Fuß des Northwood Mountain gehaust haben. Nach einem gemeinsamen Essen beschworte die Gruppe etwas aus einem dunklen, brunnenartigen Loch herauf, indem sie mit der Handfläche auf den Boden schlugen und auf etwas spielten, das der Trunkenbold als Musikinstrument beschrieb, das am Rand des dunklen Loches aufgebaut war. Als dem Ruf der Gruppe folgend etwas aus dem Loch gestiegen war, war der Betrunken zum Dorf zurückgerannt und hatte dabei lauthals Asta Norte geschrien. Dem Artikel zufolge beschuldigen ihn die Dorfbrunner, sich im Wald betrunken und die ganze Geschichte erfunden zu haben. Ich untersuchte die Geschichte und entdeckte, dass sie mit historischen Aufzeichnungen übereinstimmt. Daher glaube ich nicht, dass sich ein einfacher Trunkenbold wie Annibal Claudio so etwas ausdenken kann. Vielleicht hatte ich deshalb in jener Nacht in diesem Wald ein so banges Gefühl. Ich weiß nicht, als ich diesen finsteren Ort erreichte, der auf einer Klippe gleich hinter dem Wald lag, war es zwei Uhr morgens. Das Gebäude war nicht groß, aber die vom Alter ganz dunklen, feuchten und wurmstigen Holzplanken gaben ihm ein schauriges Aussehen und die Dunkelheit tat ihr Übriges, das Ganze noch furchterregender erscheinen zu lassen. Ich konnte mich nicht des Gedankens erwehren, dass Edwin Pickman eben jenen Augenblick vor Augen hatte, als er diese Zeilen schrieb. Seht, dort steht es im Sonnenschein und mannt, dass es noch nicht vergangen, schwarz wie die Nacht ohne Mondenschein, vom Schicksal völlig umfangen. Außer Eva und mir nahmen an dem Treffen noch drei seltsamen Gestalten teil. Mit der Zeit wurde unsere Unterhaltung intensiver und ich hatte das Gefühl, als ginge von ihren Worten und Gesichtern ein durchdringendes Gefühl des Bösen und ein widerlicher Druck aus, von dem mir übel wurde. Zuerst dachte ich, dieses Gefühl, das sich nicht abschütteln ließ, so sehr ich mich auch bemühte, läge an der Höhe und dem Alter des Ortes. Doch ich bebe jetzt noch mehr vor Angst, als in jener Nacht, wenn ich mich an ihren leichenartigen, trüben Augen erinnere, an die raschen Bewegungen in ihrem setzlichen, dürren Körper und an ihr Geflüster in einem fremden Sprache, während sie mir starr ins Gesicht blickten. Bis zum Morgen diskutierten wir in diesem wurmsticken, was ist ein wurmstichigen, was wurmstichigen Gebäude, was ist das? Auf jener finsteren Klippe über unsägliche Themen und Geheimnisse, ohne den eiskalten, tosenden Wind zu bemerken, der durch die verrotteten Bretter hereindrang, was mich vielleicht am meisten von der Umgebung und vor allem von diesen drei Kadavern ablenkte, waren die Themen, die mich verzauberten und betäubten wie Alkohol. Es waren Themen jenseits der Vorstellungskraft gewöhnlicher Menschen. Sie zeigten mir alte Steinschnitzereien und Bücher und erzählten mir von der verborgenen Maschine, die nur Franz Messmer zu erwähnen wagte. Und von den mächtigen Alchemisten und Magiern, deren Namen gewöhnliche Sterbliche unbekannt sind. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass es noch viel mehr gab, was sie mir aber nicht zeigen wollten. Eine ganze Weile lang glaubte ich, seltsame Geräusche zu hören, die kaum vom Getöse des Meeres und dem Sturm zu unterscheiden waren. Doch ich wagte nicht, etwas dazu zu sagen, da die anderen es nicht zu bemerken schienen. Ich weiß jetzt sicher, dass dieser Ort nichts für vernünftige Menschen ist. Es ist ein Ort, an dem sich die Wesen der Nacht versammeln, um nichts anzubeten, zu tanzen, zu heulen, umherzuspringen und in den unterirdischen Gang Opfer darzubringen. Und ich will nicht zu diesem verkommenen Ort gehen, der jetzt wieder dem Wald gehört. 18. Juli Will ich hierbleibe? Irgendwie schon. Weil jetzt kann ich mir mal den Organizer anhören. Ich höre mir die Kassette nicht an. Nö, nö, nö. So, ähm. Warte, nochmal den Zettel umdrehen. Da habe ich die ganzen Daten draufgeschrieben. So, erstmal der 7. Januar. 7. 1. 11. Okay, und nochmal in der englischen Schreibweise. Okay, dann der 23. Und nochmal in der englischen. Nein. So, äh, 0, 1, 0, 2, 0, 2, 0, 1. Auch nicht. Ich dachte, der 1. Februar sei wichtig. Weil nämlich, da extra steht, irgendwie Doktortreffen oder irgendwie sowas. Ich weiß natürlich auch nicht, ob jetzt irgendwie... Boah, jetzt habe ich schon mit der englischen angefangen. Äh, das ist der 14. Februar. Gut. Okay, immer noch nichts gefunden. Boah, diese Statue im Fenster, die macht das richtig unheimlich. Richtig creepy creepy. Weil hier war ja sonst auch nichts mehr. Hier sind nur die Sachen. Ich weiß halt nicht, ob ich hier jetzt irgendwelche Daten, die da sind, ausprobieren soll oder nicht. Absolut keine Ahnung. Aber mir ist ein Gedanke gekommen, als, ähm, ich das gelesen hatte, wo es hieß, dass Eva in diesem geheimen Ort und so weiter, da fiel mir die Schaufel mit der feuchten Erde ein. Wurde der nicht auch irgendwie... Ich weiß nicht mehr, wie es im Polizeibericht stand. Ich weiß nur noch, dass der, der, den wir suchen, der geflüchtet ist, ähm, Detektiv ist und damit beauftragt worden ist, aber... Naja. Vielleicht hat das ja damit wirklich was zu tun, dass er verkraben worden ist. Jemand ist bei Mr. Field eingedrungen, hat dort gekraben. Aber wer? Warum? Warum hat jemand gekraben? Oh, ich will nicht die Kassette mir anhören. Ich will's nicht. Ich will das einfach nicht. Ich will das wirklich nicht. Oh, mir bleibt nichts anderes übrig. Was hab ich denn eigentlich für Notizen? Ich habe 3 von 4, 2 von 4 und 1 von 4. 4 von 4 fehlt mir noch, ne? Das weiß ich nicht, wo die sind. Sieht auch ein bisschen aus, als wären das die oder woanders welche, aber ich konnte ja eigentlich nichts anklicken, ne? Zumindestens hab ich nichts dergleichen gesehen. Ich glaub, ich muss mal bei mir Gamma ein bisschen hochstellen, wenn ich das kann. So dunkel. Oh, ich will mir das nicht anhören. Ich will's nicht. Ich will es partout nicht... Und ich weiß jetzt schon, dass ich das sowas von bereuen werde. Alter und inzwischen unbenutzter Murlenfriedhof. Brangston. 2 Uhr 48. 5. Oktober 2010. Dann. Bis verse 6. So. diesem Herben Altas. Dann. Untertitel. Also Nachsch Debatten. Ich weiß nicht, ob man da jetzt irgendwas besonders... ...was anderes hören soll. Könnte ich jetzt nicht aufhören? Ich bin grad voll verstört. Es gibt noch weitere Titel. Okay, aber das sind so ähnliche Geräusche, oder? In einer Höhle nahe des Northwood Forest, 16.22, 14.11.2010. Also das sind für mich eigentlich ganz normale Höhlengeräusche. Sind da alle einfach drauf, alle Kassetten. Oh, nein. Oh, ernsthaft? Wie kann da freiwillig in einem Haus wohnen, dass solche Geräusche machen? Vor allem, als er ja schon in dem Keller war, dass er da weiterhin wohnen geblieben ist. Okay, das reicht mir. In meinem Schlafzimmer, 3.13 Uhr, 12. März 2011. Im Brunnen. 21.42 Uhr, 22. Mai 2011. 22. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020